Die Atmung. Wichtig fürs Pétanke-Spielen? Naja, Pétanke ist ein technischer Sport, der schon stressig sein kann, besonders wenn du eine wichtige Kugel spielen musst. Wie aber kannst du gut atmen? Ganz einfach, atme tief ein, 5 bis 6 Sekunden lang, erst in die Brust, dann in den Bauch. Dann atme langsam und stärker werdend aus, um Stress abzubauen. Mach das mehrmals, bevor du zu spielen beginnst. Der Vorteil einer solchen Atmung ist, dass du dann ruhiger spielst und eine viel zielgerichtete Bewegung hast. Auf geht's zur nächsten Runde!